Hallo liebe YouTube-Gemeinde, ich bin euer Zaukopf. Servus beieinander und ich bin StarBadwood. Und wir heißen euch recht herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 6 auf der PS4. Genau, die Zombiejäger sind wieder am Start. Ja, es läuft bei uns. Und lass mich kurz... Ich muss nur kurz gucken. Dreieck, war das? Weißt du, ich bin immer so unsicher, was was war. Ah ja, wir haben ja die neue Knarre. Ja, bei mir fehlt das ja leider. Es tut mir leid, Leute. Bei mir fehlt Flugzeug und Riesen-Bobby-Killen. Beziehungsweise verjagen, sagen wir so. Ja, das hält er dann bei mir. Aber jetzt sollte dann hoffentlich wieder alles gleich sein und synchron und ja. Ja, wenn die Elgato keine Mätzchen macht, dann passt das. So, dann gehen wir mal auf den Marktplatz. Einkaufen. Ich brauche frische Tomaten, ganz dringend. Ganz wichtig. Oh, guck mal, hier kann man sich die Hühner selber schießen. Kann man die befreien? Nö. Nö. Weil das Huhn geht immer wieder weg. Wenn ich so aufs Ziel, dann rennt es immer auf die andere Seite. Na warte, dann zielst du eine Seite und ich eine andere Seite. Dann? Ja. Ja. Oh, sexy. Chicken Nuggets. Wird Chicken Nuggets nicht aus Babyhühnern gemacht? Also, die werden doch, glaube ich, geschreddert, oder? Stimmt, stimmt. Okay, dann halt Hühnerkeulen, oder? Babyhühner, also Küken quasi. Küken, ja. Dann gibt es halt Filet. Gute Frage, Babyhühner. Ich das wissen, Schätzchen. Okay. Ja, jetzt sollten wir eh schnell hinbekommen, hm? Eigentlich schon, ja. Wenn wir es wieder so machen, dass wir uns gut aufteilen. Was zur Hölle. Vermutlich hat sich deshalb die ganze Straße verschanzt. Die Bewohner wollten ihn abwehren. Der ist mal was anderes. Das ist ein neuer Trick. Das ist aber ein cooler Trick. Gell, würde ich auch gerne können. Ah, fügt es sich jetzt schon zusammen, oder? Ja. Wir haben doch gerade erst angefangen. Okay, jeder holt den Schlüssel. Und den dritten müssen wir dann nicht zusammenholen. Das ist nur die Frage, war der da? Oh, warte, da musste ich doch irgendwo... Ich bin gerade zum Falschen. Ah, den Strom ausschalten. Genau, hier. So. Ah, super. In der Zeit greift mich natürlich das Vieh an. Ah, nee, warte, da brauche ich ja deine Hilfe. Genau, da brauche ich ja deine Hilfe. Sonst komme ich ja nicht weg. Ah, das Vieh macht mich gerade, vergewaltigt mich gerade. Das war jetzt fies, weil bei mir wurde das auch angezeigt, wie du den Strom geschalten hast. Ach so? Ja, und in dem Moment hat sich das Vieh an mich herangeschlichen. Hey, warte, Leute, das infiziert dich und dann kommt ein zweites. Ja, das sah jetzt ziemlich eklig aus, oder? Na ja, es gibt Leute, die stehen auf sowas. Ich habe ein Kind bekommen. Oh, keine Muni mehr. Es ist vorbei. Warte. Kommst du mit, dann können wir gleich den Schlüssel holen, weil ich brauche dich da sowieso. Oh je, das klappt nicht. Wenn wir so weitermachen, geht uns die Munition aus. Stimmt, wir brauchen uns dann zweimal, weil einmal müssen wir irgendwo hochklettern. Ja. Und dann mache ich jetzt Strom. Lala. Und öffne die Tür und dann geht's los. Ah, 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 geh weg. So. Während der sich da zusammensetzt, Ding. Oder du killst ihn? Ja, ich habe es jetzt von seinem Körper mal weggestoßen. Ah, okay. Du entfernt sich immer mehr von mir. 14 Meter, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Okay, wir können. Ich komme schon, ich komme schon. Ich habe nur schnell Erfahrung gesammelt. Erfahrungen gesammelt. So. Schlüsselnummer 1 und da ist sogar Munition. Was ist da drin? Also Kiste. Erfahrung. Sonst noch. Und Schweinehälften. Juh, Schweinehälften. Ne, Moment, das sind Fische. Jetzt sehe ich es erst. Das sind aber Riesenfische. So gut. So gut. Wir sind ja auch in Japan. Da ist der Standard, oder? Naja, die hatten doch diesen Reaktorunfall hier. Ah, okay. Oh, ich höre schon noch einen. Super. Warte, wie war denn das nochmal mit dem... So. Eierblödsinn, ah, gut. So, Moment, den einen Schlüssel da im Eck, den müssten wir so holen können. Hier ist die Leiter, genau. Und da kommt noch so ein Vieh. Sexy. So. Jetzt wollen wir dort mal hin, wo wir hin müssen. Zum dritten Schlüssel und passt à la Shooter. Jo, ich bin schon auf dem Dach. Warte jetzt nur auf dich, weil du musst mich ja wieder rüberschmeißen. Ah, scheiße, die Dinger können ja auch hier hochlaufen. Warte, ich komme, denke ich. Ah ja, da ist die Leiter. Warte, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, da kommen Beine. Sexy Beine oder nicht so sexy Beine? Ansichtssache. Oh, jetzt zuckt das. Bleibste liegen, Junge. Oh, Munition. So, Tür ist offen. Ja, aber das ist eine andere Tür. Mädchen, da ist noch eine Tür. Schau, wo mein Name steht. Wo mein Name steht. Ja, sehe ich gerade, sehe ich gerade. Super. Hinter die Affe. Ah, da kommt die. Schlüssel hast du schon? Nee. Nee, den kann ich allein nicht holen. Ah, okay, ist klar. Und nicht schon wieder. Gut, das war super. Das wäre easy. Das wäre echt easy jetzt da. Man muss nur wissen, wo man hin muss, gell? Dann geht das auch. Wir sind so gut. Unglaublich gut. Warum kann ich die nicht lassen, dass ich über rechts zielen will und nicht über links? Nach jeder kleinen Sequenz zieht sie sofort immer über links. Naja. So. So, und weiter geht's. Was geht ab? Naja, Atzen. Wow. Wow. Oh mein Gott. Er will aus mir alles machen, was ich nicht... Oh. Oh. Was war? Oh, fuck. Ich habe nicht vergessen zu drücken. Nein. Oh ja, schön. Das könnte sogar funktionieren. Wenn es nur noch ganz klein gibt, ist es ein Teileron im Kieb. Ja, die kommen hier raus. Guck, hier laufen sie raus. Uuuh. Schnell. Nicht, dass wir Simmons verpassen. Ah ja, Simmons. Genau. Ist aber komisch, ist Hackfleisch. Ja, gell? Ada. Was zur Hölle geht ihr vor? So. So. Jetzt rennen wir wieder einer nach Verflossenen von dir hinterher. Was mache ich jedes Mal? Ich lerne es nie dazu. Ich mache jedes Mal den Sam-Blödsinn. Ah, kriege ich die auch? Nö. Nö, weil es ja, glaube ich, lang geht. Ja, hätte sagen können, dass da noch irgendwas zum Holen ist. Special Ding. Oh, das sind schon wieder so Reagenzgläser. So große. Nö. Ich glaube, jetzt müssen wir laufen. Sprinten. Lauf. Wir rutschen mal nochmal. Schön, dass Sie vorbeischauen. Wir fallen Ihnen meine Umbauarbeiten. Genießen Sie den Aufbau. Oh, verdammt. Au, 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 au. Ich hatte es auch erwischt. Ich habe vergessen, wie man rutscht. Ich habe keine Zeit für ein Spielchen. Ah, okay, Moment. Ich glaube, das habe ich. Hey. Ah, okay. Ich habe es trotzdem reingerutscht. Ja, und jetzt? Au, 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 au. Alter. Ach so. Ah, okay. Was ist denn? Ach, wir treffen jetzt, glaube ich, Chris, oder? Chris, ja, genau. Ja, natürlich müssen wir die Treppe nehmen. So ein Schwan. Super, ich bin echt zweimal ganz erfolgreich in die, ne, dreimal sogar in diese Strahlen reingerutscht. Wobei, beim dritten Mal sind die genau auf mir gekommen. Ja, habe ich gesehen. Äh, erschienen. Das Treppensteigen hat so altes Resident Evil Camera Lightning, ne? Stimmt, ja. Ja, wobei, allein die Bewegung, finde ich, ist so ein bisschen old school, wenn ich so das sehe. Das hat mich ziemlich verwirrt jetzt gerade eben. So, das mag ich wieder. Er macht alles auf, ich sammle es nur ein. Ja, aber ich befürchte, es passiert was Schlimmes, weil es so viele jetzt waren, weißt du? So, als hätten wir jetzt das Vorrat gesammelt, ne? Dabei muss ich mich einmal jetzt schon heilen. Ich hätte ein bisschen Bammel jetzt davor, was jetzt kommt. Was ist das hier? Ja, noch passiert aber nix. Ja, aber siehst du, was es da für Kisten gibt, für viel Munition und das Ganze? Ja, habe ich. Ja gut, du darfst nicht vergessen, vielleicht, wenn man unwissend war bei dem vorherigen Marktplatz und versucht hat, wie ein blöder, die Monster zu killen, hat man rein theoretisch auch viel Munition verschwendet. Ach, da drüben steht der Chris. Da sehe ich es ja. Ah ja, voll. Hey, Chris! Chris, hier drüben, ich bin's! Lion. Verschlossen. Wow. Das ist, was ist Lion? Oder meinst du Liam? Ja, ne, ich meine ich nicht, aber Lion, wisst ihr? Ich wollte das so. Hey, Chris, ich bin's. Lion. So sexy irgendwie. Oh. Oh, Staubsauger-Roboter. Ich habe doch gesagt, es gibt da einiges zu tun. Aua! Die explodieren? Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Ja, spielen! Was geht in Ihrem Komfort? Ich frage Sie, sobald wir Sie haben. Liam, Herr Lever, bitte kommen. Ups. Ja, ich bin schon da. Ich bin Ihnen das Schloss aufzumachen, aber es ist gut gesichert. Ich werde es weiterhacken, aber versuchen Sie es manuell zu umgehen. Ich muss nachladen, schnell. Wie soll ich das manuell umgehen? Manuell zu umgehen? Du, du beschützt mich, ich mach das. Sie kümmern sich um unsere Freundin. Oh, warte. Ah, gut, das hatte ich, glaube ich, nicht mehr erwischt. Okay, einen Punkt habe ich schon gekriegt. Oh, oh. Okay, ganz ruhig. Wir schaffen das. Ja. Vorsicht, ich habe schon drauf geschossen. Nix mit Duofahrt, ne? Irgendwie, au. Scheiße, ich war nicht. Oh, verdammt. Das wird wohl nix, ne? Ja, das Problem ist, ich kann die immer nur von dir wegschubsen, wie so ein Puck. Oh, bap, bap, bap. Ich habe es gleich, ich habe es gleich, ich habe es gleich. Nur noch drei oder zwei Mal. Okay. Einmal noch, einmal noch, dann haben wir es geschafft. In Raum Zero. Sicherheit verstoßen. Bam, 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 bin ich drauf. So, das soll es geschafft haben. Das ist super. Wir aktivieren Verregelung in Raum Eins. Das war doch nicht Aida oder die schaut irgendwie anders aus, finde ich. Was? Die Aida schaut jetzt anders aus, finde ich. Vielleicht, weil sie etwas anderes angezogen hat. Nein, nein, von Sicht her. Äh, was hast du denn nur gemacht? Ich habe nichts gemacht. Du bist schuld. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Au, 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 au. Ich brauche deine Hilfe. Wo bist du? Ich lege da Boden. Benommen. Oh, warte, die explodieren gleich, oder? Ne, die sind wieder aus. Oh, wie viel Glück. Ah, und Dankeschön. So, warte noch einmal. Warte, bleib stehen. Äh, wieso sind die offen schon, die Kisten? Hey, fiese Scheiße, das. Das hat bestimmt Aida. Der Typ und der Typ haben uns jetzt die Kisten leer gemacht. Das war Aida. Ich habe kaum Lebensenergie, also mach keinen Stress, Aida. Sonst müssen wir Gas geben. Sag mal, was hast du denn mit der Angestellte? Machst du denn immer mit deinen Ex-Freundinnen, dass sie dich gleich in die Luft sprengen wollen, oder? Ich nehme denen alles weg, was sie besitzen. Boah, der hat das Teil von Batman geklaut. Ja, aber voll. Was? Was? Was, hä? Was, was? Aida! Ha! Was? Was machst du hier? Nimm die Waffe runter, Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem! Nein, tut sie nicht. Es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Wegen ihr habe ich meine Männer verloren! Ich über 70.000 Menschen! Im Präsidenten eingeschlossen. Alles wegen Simmons. Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Richtig. Kaptain! Halt! Verdammt! Helena! Er wird sie umbringen! Chris, warte! Wir beide wollen doch dasselbe. Also gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simmons. Chris! Du wirst das Richtige tun. Können wir uns auf ihn verlassen? Er ist genauso lang dabei wie ich. Ich vertraue ihm. Okay. Na los. Finden wir Simmons. Ja, Leute. An der Stelle würde ich sagen, machen wir dann erstmal Schluss. Ja, ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und... Ja, das war's eigentlich schon. Genau. Der nächste Part wird dann weiter Simmons gejagt. Okay, gut. Macht das gut. Tschüss. 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 Tja... Juntě tj